Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war einkaufen und habe mir ein paar Sachen für die Kleinen gekauft. Und die wollte ich euch jetzt kurz zeigen. Viel Spaß beim Video! So, dann legen wir mal los mit meinem Mini-Haul. Ist wirklich ein sehr kleiner Haul, aber ich habe gedacht, ich zeige es euch trotzdem. Jetzt versuche ich euch mal zu platzieren. Seht ihr heute nicht mehr so gut? Als allererstes habe ich mir mal so eine Flasche gekauft. Die ist jetzt von Babydream. Aber ich wollte immer schon mal so eine schmale noch haben in Pink. Und vor allem deshalb, weil diese Nuckel sind relativ klein. Und die passen gut in Emmas Mund. Dann kann ich mit ihr auch mehr Videos machen. Ich finde die toll. Genau, BPA-frei. Sehr wichtig. Ich muss das rausnehmen. Steht da so drauf. Ups. Jetzt kriege ich jetzt nicht raus. Jedenfalls sind da so Blumen drauf, behaupte ich jetzt mal. Bis 240 Milliliter ungefähr gehen da rein. Ist eben so eine schmale, lange, dünne Flasche. Mit Deckel alles schön in Pink. Und so einen Stopper. Wobei ich da dann wahrscheinlich einen nehme von Nucke, wo schon dicht ist. Der müsste da auch reingehen. Dann habe ich gekauft, einen Nucke First Choice Glas. Rosa, so habe ich auch immer alles im rosa Kopf. Wenige Koliken, klinisch getestet für ruhigeres Trinken. Keine Ahnung, kann ich nicht bewerten. Egal, ich wollte, das ist jetzt so eine. Und ich wollte eben noch eine aus Glas. Ich habe hier so eine kleine aus Glas. Jetzt habe ich hier große aus Glas. Wahrscheinlich eine Beschreibung hier drin. Und die hat überall so rosa verschütteln. Eher so altrosa. Also nicht so ein richtiges Pink. Mit so Silber. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Aber es ist Glas. Wie könnt ihr hören. Genau, gehen auch so 250 Meter rein. Okay, die ist ein bisschen höher. Genau, auch gewohnt diese Dinger drin. Da werde ich dann einfach auch eine andere Nuckel um drauf machen. Wo halt auch, wenn es schon dicht ist, wenn ich nicht die ins Nuckel zu kleben will. Weil ich die ja nur dann fülle, wenn ich was rein mache. Und sonst lasse ich halt das drauf. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Genau, da habe ich gedacht, dann nehme ich die mit. Ich weiß, die sieht sehr nett. Schlicht aus. Weil was Schlichtes. Und die hat immer gut tun. Und die hat mir gegönnt. Mom Night leuchtet wohl im Dunkeln. Genau. Ich finde die einfach nicht cool. Die haben ja auch gleich so einen... Wie nennt sich das? Ups. Dieses Ding hier kann man wohl zum Abkochen nehmen. Da tut man dann Wasser rein und dann kann man das in Mikro tun. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Einmal eben mit so einem Mond und einem Stern. Und einmal mit so einem süßen Hasen. Fokussiert der Kack jetzt mal? Jetzt seht ihr das gut. Der ist doch süß. So ein Zartrosa sieht man ganz schlecht. Sieht weiß aus. Vielleicht so im Vergleich. Jetzt sieht man es, ne? Müssen wir das mal testen mit dem Leuchten, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich das testen soll. Ich kann ja mal so machen. Das wird nicht viel bringen. Der hat sich noch nicht aufgeladen. Ja. Die sollen wohl nachts leuchten. Darum ging es mir jetzt nicht. Ich finde die Nahten nur. Die sind hier recht schmal. Sieht das? Und dann finde ich die besser bei der Emma. Das wollte ich euch jetzt auch noch schnell zeigen. Genau, wir könnten das mit dem Noclip hier auch noch ausprobieren. Ich mache das jetzt einfach mal so. Das muss ich euch jetzt nur anders hinstellen. Ich werde euch kurz verschieben. Und zack. Jetzt seht ihr es hier gut, ne? Jetzt ist mir das Licht schlecht. Jedenfalls diese kleinen Nuckel, die gehen besser in ihren Mund. Seht ihr das? Die sperren ihn dann nicht so weit auf, wie eben die Nuckel von den großen Flaschen. Das sieht man jetzt, die sind dann ist ihr Mund viel weiter offen. Die mag ich nämlich lieber bei der Mia zum Beispiel. Oder bei der Pia und Tyler und bei der Emma mache ich lieber die kleineren. Ja, und jetzt probieren wir mal die Nuckels. Ja, die gehen nämlich auch voll einfach rein. Das sieht nicht gut aus. Und so macht sie das voll echt aus, wie wenn sie nuggelt. Und der A noch, hier ist der. Die sind natürlich noch schmaler. Hab ich euch ja gezeigt, ne? Die sind auch arg dünn. Die habe ich nur in Deutschland gefunden. Und man macht einfach so süß. So süße Snookies. Wenn man die Küche immer so macht. So süß aus. Da ist die Maus. So geht der Mund auf und zu. Ja, da ist die Zunge. Da ist die Zunge. Okay. Kann man den auch reinstecken? Oh nein, das ist zu spannend. Genau. So. Dann war es das jetzt auch mit dem Video. Ich mache jetzt den Rosanen wieder rein, weil der so süß ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.